Hallo, mein Name ist Bernhard Münz und ich möchte Ihnen ganz gern unseren Blousong Work 2 in 1 präsentieren. Dieser Blousong ist aus Baumwollmischgewebe, optimal geeignet, wenn man sich oft draußen aufhält. Wir haben in diesem Blousong hier ein spezielles Material verarbeitet, das nennt sich Schöller-Spezialgewebe und hat den großen Vorteil, wenn man nachts mit einer Leuchtquelle dagegen leuchtet, ist das komplett silberreflektierend. Und dieses Material haben wir verarbeitet hier im Schulterbereich, an den Reißverschlüssen links und rechts und auch hinten im Schulterbereich und unten am Bundabschluss. Der Blousong hat den großen Vorteil, dass man ihn auch als Weste tragen kann. Das heißt, man kann die Ärmel einfach abnehmen und dann hat man eine Weste. Und ansonsten haben wir in dem Blousong sehr viele Taschen verarbeitet, sodass man das ganze Material, was man benötigt, für die Arbeit unterbringen kann. Wir haben hier ein Tinsulate-Innenfutter, was man einfach heraus tippen kann. Und Tinsulate ist fast doppelt so warm wie Daunen. Das heißt, selbst im dicksten Winter sind Sie mit diesem Material wirklich gut aufgehoben und die Jacke hellschön warm. Ja, Sie können das Futter hier raus machen, können dann im Sommer die dünne Jacke tragen, in der Übergangszeit halt die Jacke mit dem Futter, mit einem dünnen Material drunter oder halt mit dem Bullover drunter, sodass Sie da wirklich auch im dicksten Winter warm angezogen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017